Selbstverständlich gibt es viele Autos, die wertvoller sind, die seltener sind. Aber für mich, und das ist für mich entscheidend, ist dieser Alfa eine perfekte Verbindung aus dem damaligen technischen Fortschritt. Und das in einer wunderschönen Karosserie, das Ganze noch aus Italien, da ist Leidenschaft und Technik in perfekter Weise vereinbar.